So, der Wettkampf kann beginnen. Ladies first heißt es auch jetzt, nämlich Christina Bontas, die 15-Jährige aus Rumänien, eröffnet das Spektakel. Mit einem Doppelsalto gesteckt. Immer wieder hübsch anzuschauen, dieser Kopfstand mit einer ganzen Drehung. Nicht schwierig, aber originell und das erwartet man natürlich auch vor allem am Boden. Oh, Sukara in den Stand getoren, direkt weiter. Und nochmal ein Doppelsalto zum Abschluss dieser mittleren Bahn. Wie schon im Mannschaftswettbewerb hat sie die Zuschauer gleich im Griff. Jetzt geht's nach Hause für Christina mit dem Doppelsalto gebückt. An Schwierigkeiten alles drin, meine Damen und Herren. Christina Bontas, 15 Jahre SC, Vize-Weltmeisterin am Sprung. Zusammen übrigens mit Brandy Johnson aus den Vereinigten Staaten. Keine Amerikanerin hier. Heute im Finale, gestern Brandy Johnson, eine Bronzemedaille. Und ich sag's nochmal, es ist keine bundesdeutsche Vertreterin, auch in diesem Bodenfinale. Und das gilt auch für die Entscheidung am Rekt. Das haben Sie in der Tafel gesehen, die Ihnen die Finalteilnehmer vorstellt. Wunderschön hoch. Schauen Sie, dieser gestreckte Doppelsalto. Das ist absolute Klasse. Christina Bontas. Auch bei den Europameisterschaften war sie auf einem Medaillenplatz. Auf dem Rang 3 holte Bronze. Beim Bodenturnen ein bisschen Rouge, ein bisschen Klimmer ist auch bei den Rumäninnen dabei. Die Amerikanerinnen präsentieren sich, was das Outfit anbelangt, noch spektakulärer. Christina Bontas. Hier mit ihrer Abschlussbahn. Platz 4 im 36er Finale, 9,962. Natürlich kann man hier nicht ganz so hoch anfangen, ich verstehe die Kampfrichter. Und damit haben wir zumindest einen tollen Auftakt. Vielen Dank. Vielen Dank.